Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Greyskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Greyskull. Ich habe die Kraft! Cringer wurde zur mächtigen Battle Cat. Und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Greyskull gegen die bösen Mächte von Skeletor. He-Man! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020